Das dürfte passen. Das gefühlt sich wie ein Kilo an. Knappes Kilo. Ein gefühltes Kilo, Chris McCormack. Mal schauen. Zwei Kilo. McCormack weighs always more than one expects. Dann sind drin Sticker. Sleeves. Nee. Snazzy Bags habe ich ein paar reingetan. Ein paar einzelne. Mal gucken, wie schwer die Kiste schon ist mit dem Baller. Jetzt rein ich noch mal zu und gucke mal, wie schwer das ist. Und schlafen. Und wieder wiegen. Und wieder wiegen. Ah, 700 Gramm. Das ist nicht wahr. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich nehme die... Ich weiß nicht, was die Schablonen ausmachen und die ein paar hundert Gramm machen. Geister. Die haben kein Gewicht. Geister. Die haben kein Gewicht.